immer in internet ist ohne wahnmeldung gewissene hier für leute die künstliche intelligenz bestellen in chrisse formular kostet 1995 da das hier ist geht nicht mit rechten dingen zu und da wir sie abgezogen ok ja ich glaube bei uns im ort gab es keine honges die sowas bestellt haben ich habe mal so unauffällig umgefragt der horst nebenan haben wir nicht bestellt und dann briefträger der eberhard und der gruben schaue ihr fragt nichts dann habe ich gedacht so ein shit jetzt habe ich hier gleich zwei bestellen und nachher hat sie rausgestellt von den anderen drei sportkameraden hüter des karls hat auch jeder gleich zwei bestellt habe ich die hosen runter gelassen und zu denen ich hatte zwei bestellt die anderen haben dann auch zugeben zwei und komischerweise immer bei alle vier bei uns gleich begründung war uns schon klar hat ist betrug ihr wir sie abgeliehen aber wir haben gedacht mit der zweite bescheinigung oder chris vielleicht ist die echt